Ich denke, über allem, das habe ich auch schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal gesagt, über allem steht eben auch die WM und der Weg nach Moskau im nächsten Jahr. Das ist unsere Mission, weil die WM ist irgendwie das allergrößte Turnier, was es gibt. Und unser Ziel eben, Weltmeister zu werden, das ist dann auch was schließlich für die Ewigkeit. Also die Confed Cup ist jetzt für uns irgendwie so eine Zwischenstation auf dem Weg zu dieser Mission und vielleicht ein gutes Warm-up auch für die WM im nächsten Jahr, wo wir einfach mal unsere Erfahrungen machen, Land und Leute kennenlernen, Atmosphäre kennenlernen und unsere Spieler eben auch gute Erfahrungen machen können. Alles, was wir jetzt die letzten Wochen, auch die letzten zwei Tage besprochen haben, Vielen Dank. Vielen Dank.